Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Johannes Liermann vom NFDI4Chem Konsortium. Wenn Sie sich schon einmal mit Forschungsdatenmanagement beschäftigt haben, ist Ihnen bestimmt schon der Begriff Ontologie untergekommen. In diesem Video wollen wir kurz klären, was dieser Begriff eigentlich für die Chemie bedeutet. Vielleicht haben Sie den Begriff auch schon gegoogelt und sind auf der Wikipedia-Seite gelandet. Dort steht dann, die Ontologie, im 16. Jahrhundert als griechisch Ontologia gebildet, aus altgriechisch On, Seind und Logoslehre, also Lehre vom Seinden, ist eine Disziplin der theoretischen Philosophie, die sich mit der Einteilung des Seinden und den Grundstrukturen der Wirklichkeit befasst. Uff, alles klar, oder? Wenn man dann aber weitersucht, sieht man, dass es neben der Definition in der Philosophie auch noch eine Definition in der Informatik gibt. Dort werden Ontologien als meist sprachlich gefasste und formal geordnete Darstellung einer Menge von Begrifflichkeiten und der zwischen ihnen bestehenden Beziehungen in einem bestimmten Gegenstandsbereich bezeichnet. Das ist doch schon mal etwas konkreter. Aber bestimmt fragen Sie sich jetzt, es klingt ja alles ganz interessant, aber was hat das jetzt eigentlich mit Chemie zu tun? Dazu wollen wir uns einige Beispiele anschauen. Das Geheimnis ist, dass Ontologien in der Chemie eigentlich schon überall vorhanden sind. Man nennt sie nur meistens anders. Ein gutes Beispiel dafür sind die Regeln zur chemischen Nomenklatur. Es gibt systematische Namen, Trivialnamen oder auch die Mischung aus beiden und die Regeln dazu sind eine Ontologie, die sicherstellt, dass man zu jeder Struktur einen Namen bilden kann und aus jedem Namen auch eine Struktur ableiten kann. Eine Ontologie ist aber nicht beschränkt auf Begriffe oder Namen. Eine Ontologie kann auch beschreiben, wie wir chemische Verbindungen als Summenformeln oder als Strukturformeln darstellen. Das heißt, wie wir Elemente, Atome, chemische Bindungen oder auch ganze funktionelle Gruppen festhalten. Und auch sonstige Identifikatoren können mit Ontologien beschrieben werden. Sie kennen sicher die CAS-Nummer oder vielleicht auch den Inchi-Key oder den Smiles-Code. Ontologien können auch Beziehungen beschreiben. Wir kennen in der Chemie verschiedene Typen von Reaktionspfeilen, die unterschiedliche Bedeutungen haben. Die Beschreibung, welche Bedeutung welcher Reaktionspfeil hat, wäre auch eine Ontologie. Ein weiteres Beispiel, wo Ontologien vorkommen, sind Experimentdaten. Wenn wir zum Beispiel ein NMR-Spektrum beschreiben wollen, haben wir verschiedene Eigenschaften, wie zum Beispiel den Kern, das Experiment, das Lösungsmittel oder die Feldstärke. Für diese Eigenschaften gibt es verschiedene sinnvolle Werte. In diesem Fall würde man zum Beispiel auch von einem kontrollierten Vokabular sprechen. Eine Ontologie kann ein kontrolliertes Vokabular sein, ist aber nicht unbedingt beschränkt darauf. Ein NMR-Spektrum ist ein gutes Beispiel, warum kontrollierte Vokabulare wichtig sind. Wenn ich zum Beispiel alle NMR-Spektren suchen möchte, die in Chloroform aufgenommen worden sind, ist es wichtig, dass in allen Datensätzen die gleiche Schreibweise für Chloroform verwendet wird. Damit haben wir einen ganz konkreten Anwendungsfall für Ontologien. Fassen wir noch einmal kurz zusammen. Ontologien sind Systematiken, um Wissen standardisiert zu strukturieren, damit man es dokumentieren und austauschen kann. Damit sind sie eine wichtige Voraussetzung für digitale Forschungsdaten, denn wir müssen festlegen, wie diese Daten gespeichert und ausgetauscht werden. Und sie helfen uns Forschungsdaten maschinenlesbar zu machen, damit Computer die Daten einordnen und in einer gewissen Weise auch verstehen können. Ich hoffe, ich konnte Ihnen in diesem kurzen Video den Begriff Ontologie etwas näher bringen. Wenn Sie weitere Fragen haben, wenden Sie sich gerne an das Konsortium NFDI4CAM. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.